Hallo und herzlich willkommen im Drexler Magazin Online Workshop. Heute möchte ich Ihnen die Schrubröhre erklären. Das ist das Werkzeug, mit dem ich eine Kante in einen Zylinder verwandle. Wie ich zum Beispiel hier die Schneidenphase anlege und am sichersten mit diesem Werkzeug arbeite. Die klassische Schrubbröhre ist ein breites, flaches Hohleisen. Man kann damit Längsholzrohlinge rund drehen und auch leichte Formverläufe drechseln. Die Höhe der Handauflage ist beim Schrubben einer Kante etwa auf Achshöhe eingestellt. Die richtige Spindeldrehzahl ist vom Durchmesser der Kante abhängig, sollte aber grundsätzlich nicht zu gering sein, da dies das Ansetzen der Schrubbröhre erschwert. Bei Kanteln von 50 bis 70 mm Durchmesser ist eine Drehzahl zwischen 1200 und maximal 1500 Umdrehungen optimal. Sind die Rohlinge größer oder kleiner, muss die Drehzahl nach oben oder unten angepasst werden. Die Röhre wird auf die Handauflage aufgelegt. Das Werkzeugheft befindet sich dabei weit unten, etwa in Hüfthöhe. Jetzt lasse ich zuerst die Kanten des Holzes an der Unterseite der Fase anklopfen. Das Werkzeugheft wird dabei langsam angehoben, bis die Schneide Span abnimmt. Dies ist die ideale Schnittposition. Je nach Werkstückdurchmesser passe ich die Schnittposition mit dem Heft an und regle somit den Spanabtrag. Beim Ansetzen des Werkzeugs kann man so das Anlegen der Schneidenphase immer wieder selbst kontrollieren. Der Vorgang des Schruppens einer Kante wird in einzelne Segmentschritte unterteilt. Dabei zeigt die Werkzeugschneide immer in Richtung kleinstem Werkstückdurchmesser. Es wird also immer bergab gearbeitet. Es ist darauf zu achten, dass sich die Flanken der Schneide nicht im Holz verfangen. Deshalb wird die Röhre seitlich etwas aufgestellt und nur im gegenüberliegenden Bereich der Schneide geschnitten. Dieser Teil liegt in der Flucht auch auf der Handauflage auf. Auch werden die Kanten immer nach außen hinweggenommen. Daher drehe ich die Schrubbröhre vor dem Ende um und drechsle das Restmaterial ab. Bei richtig angelegter Schneidenphase wird die Oberfläche bereits sehr sauber. Hingegen bei gescharbter Oberfläche erkennt man den starken Faserausriss. Das optimale Ansetzen der Schneidenphase lohnt sich also bereits beim Vorschrubben. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.